Die TSG Hoffenheim und Union Berlin trennen sich 0 zu 1 die Berliner mit einem ganz ganz wichtigen Sieg, womit sie sich weiter von den Abstiegsrängen bzw. vom Relegationsplatz absetzen können. Die Hoffenheimer haben sich so ein bisschen selber kaputt gemacht, es hätte allerdings auch anders laufen können. Bebu in der zweiten Minute mit dem Pfostenschuss, also wäre er drin gewesen, wäre das Spiel ganz anders gelaufen und allgemein hat Hoffenheim sich es erstmal vermeintlich kaputt gemacht. Nzoki mit der roten Karte, 45 plus 3 und so schien es, dass die Berliner dann über eine Halbzeit in Überzahl sein werden. Hoffenheim ist allerdings mit einem blauen Auge nochmal davon gekommen, denn auch Volland ist vom Platz geflogen, 45 plus 6, somit zwei rote Karten und 10 zu 10 im zweiten Durchgang. Es waren Chancen auf beiden Seiten da, vielleicht nicht die Partie mit den meisten Chancen oder dem größten ansehlichen Fußball, aber beide Teams haben gekämpft und vor allem Union Berlin, die wirklich diesen Dreier gebraucht haben. Und dann kam die 84. Minute, Ahrensson mit dem 0 zu 1, dem goldenen Tor, einem wichtigen Tor für die Berliner, vor allem auch mal ein richtiger Befreiungsschlag, sich da unten rauszuarbeiten. Vor allem, weil Köln ja gestern auch gepatzt hat, konnte man sich jetzt noch weiter absetzen, also ein wirklich 6-Punkte-Spiel war das eigentlich. Die Hoffenheimer sind jetzt nicht abstiegsbedroht, aber ich glaube auch, dass sie sich Besseres vorstellen könnten, als gegen Union Berlin zu verlieren und allgemein sind die Leistungen sehr unkonstant. Aber Glückwunsch an Berlin für den Sieg. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein! Bis zum nächsten Mal!